Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich mal Funny Time Freddy. Heute begrüßt euch Funny Time Freddy. Ja, Funny Time Freddy hat euch heute begrüßt. Oh, ein Bonbon. Mit Frühdorf, der Red Noss Reindeer. Bon, say hi, dear friend. Also, es ist gerade noch Nacht und ich suche den Night Guard schon sehr vergeblich, aber ich finde ihn einfach nicht. Wo ist dieser Night Guard? Der Night Guard! Wo ist Night Guard? Also hier. Also. Funny Time Freddy wird immer ärger. Ihr seht ihr? Ähm, wartet. Hä? Hm. Wie komme ich da rein? Aber seht, ich habe gerade mein Gesicht offen. Und ja. Falls ihr euch fragt, wie das Spiel heißt. Es heißt, ähm, äh, ich schreibe es dann einfach nochmal in den Titel rein, wie es heißt. Und wenn es Nacht ist, muss ich, ähm, Funtime Freddy, muss ich dann immer hier hin übergeben. Dann springt er hier halt raus, dann setzt er sich hin und deaktiviert sich. Wormann ist der Night Guard Single Band. Der Night Guard. Also. Er... 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 Er setzt sich immer hier hin. Also, manchmal lässt Funtime Freddy seine Wut raus. Zum Beispiel gleich wird er sie, glaube ich, rauslassen. Keine Ahnung. Es ist immer noch Nachtschiff. Ach ja, Leute. Schreibt mal unten in die Kommentare, soll ich mehr FNAF machen? Jetzt hat er seine Wut rausgelassen. Ne, man scherzt. Das bin alles ich. Also, es ist zwar immer noch Nachtschiff erschickt, aber Funtime Freddy langweilig. Also, geht er zu Baby. Oh, da ist ein Plaschi. Ja, ich weiß, Funtime Freddy hat ein schönes Make-up, aber mach immer nicht, gib nicht immer an mit deinem schönen Make-up. Ja. Es ist immer noch Nachtschiff. Hört sich? Lol, bitte? La, la, la. Ich geh tschü. Tschü. Oh, da müsste irgendwo neigen. Zwei. Was ist so? Da müsste, glaube ich, gerade irgendwo ein Nightmare sein. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, hi, Ballora. Ich sag hi. Ähm. Oh, hello again. Are you ready for round two? Say cheese. So, bye guys, say hi to your friend. Shh. Go bye on your stage. Everything is okay. Everything is okay. Here's the hot. Here I come. Ah, yeah. So, Leute, ich werde sagen, das war's mit dem Video. Dann tschüss. Tschüss.